Hallo meine lieben Freunde, wir sind hier mit 14 Mann im Timula. Ich kann nicht reden, wir müssen mich konzentrieren. Ich wünsche dir Glück in der ersten Kurve. Ich bin mitten im Verkehr. Super, Start verpasst. Geil, letzter. Oh, die fahren fair, Alter, geil. Ich kann jetzt nicht weiter, vor mir ist einer. Ja. Oh. Ah. Oh. Mal fahrpockig durch. Brenn ist lang. Puh. Puh. Abster Aktion ist geklickt. Weg gedreht, wunderbar. Oh, war das ja so. Ich werde das nicht verdienen. Ich sollte das nicht verraten. Oh, nein. Oh, nein. Entdeckt. Oh, nein. Ich musste doch auf mich ja nicht in eine Richtung auf die ready- irgericht. Was? Ich habe auf die Richtung. Das war hardcore, ne? Aber du bist vor mir. Gelb? Nee, ich bin hinter dir. Erst mal kommt da noch eine schwarze. Ich hab drei vor mir. Meine lieben Freunde, da kommt noch eine aus der Box. Aber wir fahren die mittleren Reifen, deswegen können wir auch am Ende des Rennens gut aufholen. Wir haben das härteste Reifen. Wir haben im ersten Let's Play auch das Rennen gewonnen, meine Freunde. Wir haben den Deutschen noch gewohnt. Wir sind in der Mitte des Rennens. 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 Ich fahr defensiv. Kein Unfall. Wir sind in der Mitte der Mitte. Ein guter Mittelfeld. Was macht ihr denn hier? Ja, das ist so, wenn man aufhört. Alle überholt, meine lieben Freunde, die ist auch wie lange gerade, Alter, da bist du auf dem sechsten Platz oder so, alle drei Fahrzeuge. Bauerbach vorbeigekommen, da müssen Sie aufpassen, ich will nicht in den Rhein fahren, die Idioten. Wunderbar, ach du warst das vor mir? Ja, ich kann jetzt aber nirgendwo hingucken, ich muss mich konzentrieren. Wrenne ist noch lang und wir können noch viel aufholen in den Arzt, dann kriegen wir irgendwann Reifen vorgehen. Ich fahre jetzt hier in die Linkskurve rein, dann bist du das hinter mir. Ja, ich auch, du bist, ja, ja, gib Gas. Ja, wunderbar. Ja, das ist das gleiche Design wie vor, um noch von Audi. Oh, der hat es voll eng zerlegt hinter uns. Ja, der nächste, Vorsicht. Ja, da ist noch einer, wunderbar. Boah, ha, 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 ha. Der beste Freund in Lothar ist vor mir hier im Golf Ferrari. Wir sollten uns fair behandeln. Hart aber fair. Wie ihr wisst, wenn die ja bekannt ist, wo, wo. Ja, das rutscht sich da auf dem Kettich, glaube ich, meinte ich auch schon fast, wenn man das auch aufpassen kann. Aber meistens haut es nicht aus. Wenn du da drauf bist, dann dreht er sich weg. Da solltest du gar nicht erst rauffahren auf dem Teppich. schwitzt wie die Sau. Der heißt so K-A-L, ne? Keine Ahnung. Bin auch längst, in der Tabelle. Aber da siehst du die Relle nicht. Ich hab ne Tabelle über meinen... da an der Sonnenblende halt. Aber da kann ich nicht so oft... Ist egal, fahr einfach, konzentrier dich. Fahr deinen Strimmel durch. Boah, ich seh dich manchmal nicht mehr am Spiegel. Hinter uns kommt einer. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich hab alles im Blick hier. Ich hab Bescheid, wenn ich über Ruhe bin, dass das machen kann. Was ich keine Sorgen mache. Hinter uns kommt aber, den müssen wir wohl ziehen lassen. Der ist schneller als wir. Da hat sich weggedreht, geil. Vor uns sind zwei langsamer. Da muss ich ein bisschen Luft. Also wenn wir das Tempo halten, dann reifen wir schon. Hey, du hast nur ein I im Namen stehen. Ich bin ja THI. Ich bin ja THI. Und another box. Das ist vorbei. Jawohl. Wunderbar. Jawohl. Vorderen der Quick MAYNAP-Taste. Nein. Nein. Ich bin ja dann glücklich her. Forderlich. Da kriegt man aber ein. Wunderbar. Ach, ich bin dann. Ah, der hinter uns ist echt schneller, den müssen wir wohl ziehen lassen. Ah, war vorbei hier. Ich habe ihn vorbeigelassen, er kommt jetzt. Ich kann Ihnen nur raten, den vorbeizulassen. Ich kann es immer noch wieder einrollen, wenn du schneller bist. Roten, roten Ferrari. Lass ihn links vorbei. Ja, ich lasse ihn ziehen. Boah, jetzt habe ich genau gemerkt und nicht in den Wittschatten. Ja. Meiner ist doch ein Weißer. Das ist ein Asylianer. Ja. Die Welt vorher ziehen lassen müssen. Ja, er kriegt Reifenprobleme. Oh, passt das Heck. Nein! Nein! Ich habe nur die Staubbeuge in meiner Rückfahrkamera gesehen. Ja, ich wollte sagen, hätte das Heck verloren. Schaden drin. Schade. Ja. Kein Schaden, ist ohne Schaden. Komm, aber... ...übe ich jetzt alles, ey. Wo ist ein Mist so? Ich habe auch gesagt, ich will ja das Heck, ja. Genau das ist auch passiert. Aber der hätte mir Glück nicht mehr haben. Das glaube ich nicht. So. Fünf Runden. Ah. Ah, meine lieben Freunde, das ist hier nicht Mario Kart. Das ist schwieriger alles. Ah, war mal ein eigener Fahrfehler. Ich sehe den blöden BMW nicht. Ich weiß nicht, warum er jetzt nicht wohlt hat. Aber ich glaube, ich bin bald wieder bei Mannach dran, ey. Gelbe Flagge vor uns. Oh ja. Ich habe das Heck verloren gehabt. Sie hat auch geschaukelt. Aber ich kann auch ran kommen. Mal sehen, wie weit ich von euch weg bin. Fünf Sekunden. Oh, ich sehe, ich komme gut ran. Ah, ich bin dritten ran. Mann, Mensch. So eine Passage hier. Sanft aus Gas. Ja, die drei kann ich noch kriegen. Jetzt alles. Scheiße. Ah, das ist hier zu viel. Nein. Oh. Ja, ja, da ist noch viel drin. Oha. Ich bin vorbei. Wunderbar. Ja, Fahrfühler passieren nicht mehrmals. Ja, der eine Rohde, der hat mich gerammt. Den hat es ins Heck weggezogen. Der konnte doch nicht mehr gegen lenken. In dieser langen Linkskurve da. Diese steile. So. Ach Gott, hat er den Dreher gehabt und dann geht er auf den Server raus. Der rote? Ja. Der ist ja schwach. Der ist schwach. Auf jeden Fall, ja. Ach die. Der hat immer das ganze Ende. Es waren noch so viele hinter ihm. Das müsste jetzt auf dem Siebplatz sein. Neue Tabelle. Oder? Ja. Die Kurve fahre ich jetzt in einem vierten Gang. Da schalte ich immer früher hoch. Leider BMW vor mir, der fängt an unsicher zu werden. Ich sehe dich. Ich glaube du fährst im gelben Ferrari. Ja. Ich sehe dich ja. 400 Meter vor mir bist du. 2 Euro. 2 Euro. Boah, Böse. Ich hatte mal viel riskieren musste. Dann fand ich schnell rein. Da war jetzt kein Bock, aber nah dran. Ich will versuchen noch dich zu kriegen. Oh, hinter dir bin ich. Ah, da ist noch einer. Weißer Ferrari. Siehste? Die Reifen bauen ab. Die haben wir auf dem sechsten Platz noch. Ah, du musst früher bremsen mein Lieber. Ah. Ja. Die hole ich mir noch. Die BMW. Der weiße BMW? Ja. Ja, die habe ich auch gerade versucht. Der wird mal ein paar Fehler machen. Zwei Runden mit den abgebauten Reifen. Am Ende des Rends haben wir ein Vorteil. Im Mittleren. Da vorne fährt der nächste ins Kiesbett. So, der war rausgegangen, die Schmuchtel. Bei mir fährt der nächste ins Kiesbett. Ja. Die können jetzt noch mehr. Die sind nicht stärker genug. Ausblenden. Hehehe. Der kann nicht gerade schwitzige Finger. Hehehe. Schwitzige Sau. Aber mir geht's. Ah, der BMW hat noch. Zog. Schwer sein, den noch zu kriegen. Oh. Hinter mir kommt der weiße Ferrari. Ist ja doch nicht rausgegangen. Ah. Er holt auf. Ich muss gar noch Platz weggeben. Ich muss gar noch einen Platz weggeben. Ah. Ach. Ich muss gar nicht mehr Platz weggeben. Ich muss immer noch Siebter sein. Ja. Siebter. Zwei Plätze hinter dir. Wenn Sieben Platz先生 undànhstc haben wir keine Sitzung. Ah. Dieser G glut. Eppertismo. Facebook. Geschäft. Workshop. Luftkerson. Oh, vor mir wieder mal. Ah, wer triegt da mich noch? Ich weiß es nicht. Der Fair ist, dieser Fair hinter mir. Scheiße, muss ich ziehen lassen. Mist! Egal. Noch einen habe ich noch überholt. Ich bleibe auf dem siebten Platz. Schade. Oh, der Brasilianer. Schade. Siebter Platz. Einen haben wir noch gekriegt. Einen Platz haben wir verloren. Oh, der Club Raunch hat mich besiegt. Ist der Vierter geworden? Ja. Oh, nicht schlecht. Ja, er hat noch einen überholt. Er konnte nicht mehr fahren. Er hat wahrscheinlich nicht so groß gekriegt. Ja, super slick. Was ist denn schön aus? Haltbar? Was ist das für keinen Ausgleich? Nicht schlecht, auch was. Der Schaltpunkt ist bei den Wärmchen. Am besten der Schaltpunkt ist immer wenn die LEDs bringt. Er muss mal schalten. Er hat am besten Drehzeitpunkt. Habe ich zum Schluss auch gemacht, ich habe mich auch noch in der letzten Kurve Fahrfehler gehabt. Das ist für mich nämlich auch ganz an den Schweiß. Ich brauche da erstmal was zu glauben. Auf jeden Fall, aber sowieso. Oh, Penalty. Okay, ich habe Lowdown 35, danke. In der letzten Runde hier noch eine Ausfallrunde. Okay, ich mache noch ein Let's Play hier, hier wird nichts beendet. Meine lieben Freunde, 6. Platz ist noch nicht schlecht von 14, oder? Also noch rausgegangen. 7. Platz ist Mittelfeld. Aber in meinem Alter ist das auch in Ordnung. Wo ist meine Box da vorne? Ich fahre jetzt auch gerade rein. Wunderbar. So, parken können wir auch. Packen, zack. So, meine lieben Freunde. Alle zwei Folgen in Mula. Gerade mit 16 Leuten und wir sind auf den siebten Platz gekommen. Mein bester Freund ist auf den vierten Platz gefahren. Er ist jetzt dritter, aber er ist vierter geworden. Also, wir sind sehr gut. Rundgemischte Truppe, da waren Brasilianer dabei. Na gut. Bye, bye. So. 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 So.